Hallo, hier ist Ilonka von der Stempelzeit. Heute möchte ich euch ein bisschen zur Maskiertechnik erzählen. Und zwar ist bei dieser Technik ein Stempel im Vordergrund und ein Stempel im Hintergrund. Das kann man hier auf der Karte ganz gut sehen. Wenn ich normalerweise beide Stempel abstempel, sieht das Ganze dann etwa so aus. Das heißt, die Stempel gehen ineinander über und das wollen wir nicht. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man den Stempel, der im Vordergrund sein soll, also hier die Frau mit dem Schirm, dass man den separat Stempel ausschneidet und dann in 3D-Technik aufbringt. Aber es gibt halt auch die Maskiertechnik, wo das halt nicht benötigt wird. Und dann hat man die ganze Karte halt in einer Lage gearbeitet. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr erstmal eine Maske. Maskiertechnik. Und zwar die erstellen wir uns mit einem dünnen Papier. Ich nehme einfaches Kopierpapier. Dann brauchen wir den Stempel, der später im Vordergrund sein soll. Eine Schere und ein Stempelkissen. Da ist eigentlich egal, welche Stempelkissen. Es soll ja nur eine Maske erst mal erstellt werden. Stempel ganz normal abstempeln. Und dann nehmt ihr die Schere und schneidet das Motiv konturengenau aus. Und zwar eher ein bisschen über die Kontur, dass die Kontur nicht ganz zu sehen ist. Das könnte ich jetzt hier machen, aber das ist jetzt nicht so schwierig. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, wenn ihr das gemacht habt, sieht das so aus. Das ist jetzt mein Hauptmotiv. Dann nehme ich die Karte, die ich stempeln möchte. Nehme das Hauptmotiv in der Farbe, der ich dann später haben möchte. Setze den Stempel. Das ist der erste Teil. Lass das Moment trocknen. Dann nehme ich schon mal meinen zweiten Stempel, der dann der Hintergrund werden soll. Jetzt lege ich die Maske, die ich geschnitten habe, auf das Motiv auf. Das muss dann natürlich recht genau da drauf liegen. Es gibt auch die Möglichkeit für die Maske ein Post-it zu nehmen. Das klebt dann an einer Stelle. Das ist dann auch ganz hilfreich. So, jetzt nehme ich das zweite Motiv und setze das drüber, so wie dann halt mein Motiv später aussehen soll. Und jetzt bestempel ich natürlich einmal die Maske selber und den Hintergrund. Wenn ich das abnehme, nehme ich dann hier die Maske weg, die natürlich jetzt auch bestempelt ist, und habe dann hier mein fertiges Motiv, wo halt die Frau im Vordergrund ist und dieser schöne Garten oder Weg im Hintergrund. Das Ganze kann ich dann weiterverarbeiten zu einer Karte. Und zwar habe ich das koloriert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier, wenn man auf dieses Stempfkissen drückt, dann habe ich im Deckel hier so ein bisschen Farbe. Dann kann ich die mit einem Wassertankpinsel aufnehmen und kann so das Motiv relativ schnell kolorieren, so wie ich es gerne hätte. Mit einem kleinen Farbverlauf. Nun, das kann sich jetzt jeder irgendwie denken, wie das geht. Das habe ich dann auch schon mal hier vorbereitet. Hm, logisch. Moment, wo ist es? Hier ist es an der Stelle. Da ist es fertig koloriert. Und dann habe ich die Ränder von diesem Hauptmotiv einmal mit der Schere angeratscht und dann nochmal mit Farbe gestupselt. Das geht auch ganz einfach. Ich zeige das nochmal an diesem Probestück. Man nimmt einfach eine Schere und geht hier an den Seiten lang. Dann wird das Ganze ein bisschen aufgeraut. Ich hoffe, das kann man hier so ein bisschen sehen. Ja, doch, so ein bisschen. Und jetzt nimmt man einfach dann ein von den Schwämmchen, tupft in Farbe, die man haben möchte. In dem Fall habe ich natürlich da halt wieder rot genommen. Und dann wird hier einfach lang gestupselt. Und so habe ich einen schönen Distresseffekt. Danach wird einfach die Karte oder der Aufleger auf der Karte zusammengesetzt. Dann nehme ich einfach ein bisschen Kleber. Setze das auf die Karte auf. Und dann brauche ich natürlich noch eine Grundkarte. Da kann man eine ganz einfache weiße nehmen. Das war mir jetzt ein Ticken zu langweilig. Daher habe ich dann eine geprägte Variante genommen. Das ist diese hier. Das ist aus dem neuen Katalog, dieses Blütenregenfolder. Finde ich sehr schön. Und das jetzt hier Planaufkleben fand ich ja auch nicht so schön. Daher wird es einfach mit Stamping Dimensionals aufgeklebt. Da brauchen wir noch gar nicht so viele nehmen. Ich nehme einfach nur in jeder Ecke eins. Und damit es in der Mitte nicht durchhängt, die Karte, kommt da bei mir auch immer noch einzeln fünf Stück davon. Das passt eigentlich. Dann werden die hier abgemacht, abgeknübelt. Das ist das Schwierigste bei den Dimensionals. Und kommen dann auf die Karte drauf. Ich setze das mal hier auf. So, und damit ist die Karte auch schon fertig. Die Maskiertechnik ist hoffentlich jetzt ein bisschen einleuchtender geworden. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach an ilonka.köln.de Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss! Tschüss! sau ... ... ... Bis zum nächsten Mal.